Hallo liebe Heiserge-Freunde, was lange wäre, wird es doch noch gut. Wir starten mit der Mannschaftspräsentation des HEC für die Saison 2007-2008. Aufsteiger mit Wolfsburg in die DL, jetzt bei den Falken von den Grizzly Adams, Michael Schuh. Hier ist Ed Hill. Aufsteiger mit Wolfsburg in der 2nd Division. Aber ich weiß, was wir haben. Ich glaube, wir sollten so gut sein. Gut, dann wünschen wir uns natürlich alle und an ihm kommt sicherlich keiner vorbei. Ed Hill aus Las Vegas, Derek Edelton. Was sind deine Erwartungen über den Falken in der neuen Saison? Ich habe nichts über gute Dinge gehört. Ich kenne einige der Spieler, Ed Hill und Mike Schulte. Ich kenne J.F. von vorher. Es sollte ein gutes Team sein. Ich habe von Rico gehört. Wir sollten einige Spiele gewinnen. Was denkst du über den Trainer? Er kam, mich in Vegas zu spielen. Er ist so ein guter Mann. Bestes Jahr. Wir wünschen uns viele Tore von ihm hier bei uns bei den Falken. Derek Edelton. Die Frage aller Fragen, was glaubst du ist für die Falken in dieser Saison in der zweiten Liga möglich? Was sind deine Ziele, deine ganz persönlichen Ziele für das Team? Wir bleiben in der gleichen Linie wie die letzten drei Jahre. Wir wollen wirtschaftlich gut arbeiten. Wir wollen ein gutes Produkt anbieten für unsere Fans. Wir wollen einen guten Platz für die jungen Deutschen zu entwickeln. Das ist das Falken Team 2007-2008 für die zweite Eishockey Bundesliga. Wir wünschen der Truppe viel Erfolg und hoffen auf die passende, tolle Unterstützung wie in der vergangenen Saison. Alles Gute in der neuen Runde! Alles Gute in der neuen Runde! Alles Gute in der neuen Runde! Set euch auf Liste und hoffen Jahre www.sfs-flamente.babyiss Aber dauer tienen einpauswert!